hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge strände die so so wir haben hier mal wobei die lege ich vielleicht die die stämme lege ich vielleicht hierher tatsächlich sehr schön so finster ist aber das macht nix ein weder ich glaube die werde ich auch darüber legen langsam ablegen weil dann purzeln die nicht so durcheinander auch haben wir viel oder freue ich mich richtig so sind die wild gepurzelt ich sehe nichts und ich glaube das alles gut alles gut wenn ich da durchlauf stoße ich das nicht um okay okay so was das pp ist das super pp habe ich also jetzt schauen wir mal rüber also leer leer sehr gut so irgendwer hat gesagt ich soll doch mal darüber schauen zu der insel mit den hohen bäumen und besser die eisbeer ist das schön ist das schön wie auch plötzlich die wolken spawnen es ist richtig schön guten morgen herrlich herrlich so wie sieht meine uhr aus ja da geht es ganz gut wasser könnte ich vertragen und da unten da könnte ich ein palmenblatt dazu legen aber jeder irgendwo eins daneben hingelegt hier so also irgendjemand sagte ich soll besser meine base nicht hier bauen sondern besser auf einer insel mit hohen bergen bäumen weil die sind größer so naja wir schauen aber da muss ich meine leipen meine leifen hier lassen so als erstes werde ich mal zu diesem wrack noch schauen so und ich weiß da ist irgendwo irgendwo so ein fieser den antraue ich auch nicht ganz ja ja so ich glaube ich war zwar jetzt überall aber da so kann ich da rein da komme ich nicht ein ein schildkröte gerade erschrocken gerade so richtig erschrocken so da ist auch ein loch aber da komme ich auch nicht rein wahrscheinlich nö da komme ich nicht rein verdammt nö okay so nö nö irgendwas mit der leiter irgendwie nö 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 so, da war noch der war leer der war leer leer, die Konsole oh ich kann es vergessen so ok, dann macht er immer nur die rechte Tür auf ok, so das heißt das Schiff haben wir ausgeräumt und unten drin gehen wir davon aus, da ist nichts so ich hoffe wirklich Clownsfisch, finde ich süß so ok sehr gut so, also das ist erledigt das legen wir hier ab ähm, da hätte ich nicht essen müssen aber ist ok so die zwei Wrechse haben wir gehabt so und da ist noch ein Wrax Wrax dün 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 mhm so dann schauen wir da mal hin ich hoffe wir treffen hier keinem Hai oder irgendwelche giftigen Fischdinger ich bin sicher es gibt Fischer, die giftig sind war da gerade ein Fisch, ein größerer neben mir so ja, tragt zwei so, Sardinen also ok, aber oh, eine Kiste super so sehr schön, ist das auch so eine Konsole zum Aufmachen? so dann schauen wir mal da runter ich hoffe da ist kein Hai oder sowas drin so, ein Regal, das ist gut was Woodcrate ok also aber gut versteckt da drinnen so, da ist hoffe ich nichts mehr da ist ja noch eine so super diese Fässer kann ich nicht mitnehmen leider so jetzt gehen wir da mal nach vorne Schildkröte oh 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 wie schön noch so, diese Bälle hätte ich gern so sind das Bretter? was ist denn das für ein Riesenfisch da? wow der hebt sich ein gutes Fleisch so ui wo wieso? bleib da oh, die kann ich so einsammeln so, auftauchen mal ja, ja komm so und da war noch einer ich weiß es genau so, ja hier oh, wieder das Wetter so schnell dorthin so und den Beinnehmer dem Bojenbei yeah Bojenbei so ich würde gerne sehen wohin ich tappe auch Glück gehabt puh so dann haben wir das gemacht wir haben das gemacht wir haben das da gemacht wir tapsen einmal um die Insel rum das erledigt das das so und dann kommen wir auf die andere Seite wieder zu unserem zu dem da zu unserem Standardwrack alles gut so Bojenbälle was mache ich mit den Bojenbällen? kann ich die da irgendwo ähm was wenn ich die in die Mitte der Insel ablege in dieses in diese Senke da erkennen kann man die ja gut, oder? so nein oh mein Gott 1, 2, 3, 4 oh Gott sei Dank so 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 5 Bojenbälle okay und da haben wir noch Steine okay so Palmwedel Palmwedel gut oh wieder junge Palmwedel ja die werden wir doch noch ernten und dann kümmern wir uns um die Kisten ah schön oh wie schön wenn das nachwächst oh ich freue mich so können wir denn nicht können wir denn nicht sowas wie Landwirtschaft kann ich die nicht anbauen die Sachen ich meine die wachsen eh nach diese Palmwedel Dinger aber ähm das da würde ich zum Beispiel gerne anbauen da hallo so da habe ich wieder so ein Palmwedel Ding nehmen wir gleich mit noch ein Aloe Aloe so sehr gut so dann darf man da rum wieder ist nichts mehr so und dann haben wir hier noch so Kiste so und da drin oh Leder interessant so was haben wir da drin tatsächlich Taschenlampen okay oh Textilien und einen Hammer schön so gut da ist man auch noch Moment super so dann lege ich mal die Werkzeuge und die Teile da oben wieder drauf da sind sie so Werkzeuge und Teile das ist definitiv ein Werkzeug das auch so das legen wir da drauf und dann haben wir das hier das kommt da drauf so Leder würde ich gerne zu den Lashings legen weiß auch nicht warum oh haben wir noch eins so und das Duct Tape auch so Stoff kommt zu Stoff wo habe ich Stoff da hinten war ja irgendwo irgendwo war da mal Stoff so super ja so und das da hm äh okay so da 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 so und dann würde ich das echt gern überprüfen Moment wie spät ist es es ist halb eins okay haben wir da noch was zu essen ja so wir brauchen es noch nicht aber nein wir lassen das mal so also ich würde gerne tatsächlich das ausprobieren ich würde gerne diesem Hinweis folgen und äh zu der Insel reisen die höhere Bäume hat weil die angeblich größer sein soll angeblich wir wissen es ja nichts so was haben wir da drin dann haben wir das drin ja dann nehmen wir das Mai ja 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 so wir haben ziemlich viel Holz jetzt das könnte man alles zu Sticks und so weiter verarbeiten aber dann schauen wir mal so und die Sticks selber kommen hierher also dann würde ich sagen abreisen werden wir dann wieder Moment so super ähm abreisen werden wir dann wieder in der Nacht weil wegen diesem SPF Zeugs so ich stelle mich da mal ins in den Schatten hilft das jetzt so nö schadet aber auch nicht egal so was brauche ich denn um Sachen anzupflanzen da 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 ich brauche definitiv mal so eine eine Harke so ein Lashing und ein so ein Steinwerkzeug okay das machen wir nachher ein Lashing ein Steinwerkzeug so da haben wir so ein Stein Stein Teil genau so so und jetzt genau das brauche ich und dann so nämlich das da äh macht man das hier oh ein Loom kann ich wahrscheinlich Wolle herstellen also Wolle ist so Stoffdinger so Consumer Story Farming Farming Plot vier Stöckchen und ein Lashing okay ein Lashing vier Stöckchen ein Lashing okay so eins eins zwei drei vier eins zwei drei vier und wir machen einfach zwei davon jeje so genau und das können wir da ruhig da so ich möchte gerne das da aufbauen wow ja das ist groß so hier passt super ins Heer oder ja wow wow so und wir bauen noch eins so was setzen wir da ein ich würde gerne oh ja Kartoffeln ich setze Kartoffeln ein so Kartoffeln so holt eh du plant oh oh ist das süß so was setzen wir noch ein Pipi warum auch nicht wir pflanzen Pipi so super ii nein ah ich hänge wieder fest so ich brauche so eine Kokosnuss Flasche habe ich die nicht schon gemacht gehabt so und zwar genau so eine Flasche so bin ich da jetzt ach so Kent holt more water das heißt ich habe schon das water drin okay so oh wie cool oh wie cool wir füllen das auf oh wir füllen das auf also ich weiß nicht ob das jetzt toll was bringt aber wir machen gerade Landwirtschaft wir machen Landwirtschaft ja und dann kommt ein Kartoffel raus so da 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 so super so sehr gut so total gewässert alles total gewässert super so und jetzt die Pipi die Pipi Sache so Pipi wird auch noch gewässert was jetzt etwas seltsam klingt Pipi wird gewässert gut so einmal geht ja noch oh ich freue mich wenn wir haben gerade Landwirtschaft also ob was rauskommt ob das was wird ich kann es echt nicht sagen so einmal bräuchte ich noch aber hm unten haben wir noch zwei oben haben wir nichts ich könnte warte ich lässt oh okay so dann könnte ich das Pipi fertig weg wassern wässern so so Pipi ist fertig gewässert super sieht sie aus potato gewässert Pipi gewässert machen wir noch eine eine wir machen noch eine komm wir machen noch eine so irgendwo eins zwei drei vier so so und zwar würde ich gerne das da hm 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 so also mit dem smoked small meat wie sehen wir aus ja essen wir es halt so die Nuss lege ich am besten auch da daneben hin hau mir nicht ab so jetzt nehme ich ein lashing äh und vier sticks 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 hier so und wir machen noch ein äh ein so ein farming ding und schauen wir was wir da noch einpflanzen können potato ähm moment consumer story 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 so farming ja das will ich bauen ja so genau und hierher in die ecke so möglichst nah an den anderen so und was setze ich da das ist aber super dass das nachwächst das finde ich echt toll so sehr gut ist die andere auch aufgewachsen aufgewachsen nachgewachsen wo waren die wo waren die da hinten das könnte ich natürlich über so ja es geht es geht so super und ich sehe gar nichts mehr da kann ich nichts nehmen nichts okay so da hinten muss ich was einsetzen also ich habe pipi ich habe was ist wenn ich die lashings kann ich da ablehnen oder ja so also pipi was haben wir denn noch für blumen da was ist mit dem aloe vera es wird aloe vera werden so oh ja noch mehr sehr gut so nehmen wir gleich mit ja wenn sie wachsen muss ich sie haben so und keine folge keine folgeverzögerung nachher mehr wir werden nächste folge aufbrechen warum nicht diese folge ja das ist eine gute frage so vielleicht geht sich ja alles noch aus aber so da ist noch pipi was auch immer wir mit pipi machen jetzt können wir es abreißen noch mehr pipi so das sind palmwedel so das heißt wir pflanzen hier das letzte die kartoffel schade so was pflanzen wir jetzt noch mehr pipi nö aloe vera genau so wird eingepflanzt so so wir nehmen wir mal das da so und tragen das wasser wieder zum zum farming spot so so das wird gewässert hier super so ich darf nur nicht vergessen selber zu trinken das ist so ähm eins fehlt noch ist da ein stecken am boden da ist echt ein stecken am boden so palmwedel waren da irgendwo da den obersten palmwedel mit oberst palmwedel war da mal pipi drin so so genau die leere flasche habe ich jetzt für das kann ich das nicht ah yucca cutting ich könnte auch yucca einsetzen aber ich glaube der spaß bei yucca ist so wir haben alles gegossen alle haben genug wasser alle drei dann war noch irgendwo so eine war wohl war oder sowas so den legen wir da wieder ab auch nicht ab so wir schauen mal auf die uhr ich habe ein bisschen auf wasser super so da wir könnten uns wieder um fisch kümmern so das legen wir da ab das eine palmwedelchen bringen wir zurück so palmwedelchen also den einen stack besser gesagt so dann haben wir da aloe vera und zweimal pipi aloe vera legen wir da dazu ich weiß noch nicht was ich genau damit machen werde so das nehme ich wieder was kann ich denn da kann ich da eigentlich was damit machen was denn das antidote oh ja oh ja das lege ich mir da hier auf meinem fledermäuse das lege ich mir da auf meinem müllplatz so genau antidote steht sogar drauf super du hast mir bitte nicht ab so weil ich glaube man ist schneller vergiftet als man lachen kann so aloe vera wieso habe ich da nochmal ah ja ja genau so das können wir auch ablegen weil ich jetzt da haben wir ja genug gartenarbeit hinter uns so kann ich in den dunkeln ich überprüfe mal die ganzen kisten hier okay sowas mit der okay hier aha aha super so lauter leere kisten das ist großartig so ich trinke das mal auf die uhr schauen ja schön so apropos uhr 20 uhr 16 das das geht so dann würde ich sagen wir beenden jetzt hier die folge und in der nächsten folge wir machen das morgen gleiche uhrzeit brechen wir auf zu dieser nö ich sehe sie gar nicht moment ich muss da ich muss da noch schauen sonst vergesse ich das wieder und bin so aufgeregt genau zu der insel da so dazu müssen wir natürlich hier alles leer machen so brauche ich Sachen mit nö auf die uhr schauen trinken werde ich noch und dann genau so jetzt speichere ich ab äh so weil dann kann ich nächste folge eine neue aufnahme starten so so dann danke ich fürs dabei sein wir sehen uns beim nächsten mal tschüss